hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe fortnahe Traditierwelt so meine Aufgabe ist es heute erstmal Munition zu finden die stehen einfach mal rum so 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 da sind die erstmal die Arbeit machen wie gesagt ich hab 3 Munition und das ist so blöd was ist das eigentlich die Wendelaut oder was Alter so 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 12 kugeln ja die helfen mir oh sauer gott geht so 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 oh nein saftig Tab 1 überprüfe deine Karte so wir wollen schalte die Gegner aus um das Lager zu räumen Nicht genug Ressourcen, boah, nee, Alter, oder? Ich möchte aber nie mit der Pumpgun arbeiten, oder? Oh, das schaffen die schon Oh, Dinger Schalte diese Hüllen aus Oh, Alter, Dinger Nice Kann ich nicht losgehen, du? Uuuh, dein Ernst Dein fucking Ernst, Alter Ich glaube, dann darf ich die Strecke Zwei hätten wir, weiter geht's Die Lager werden immer stärker Bereite dich besser gut vor Joa, mach doch Hab eins, überprüfe deine Karte Oh, ein Waffentresort So, gefällt mir das Runde 3, kämpft Nice Ich weiß wohl nicht, was ich eingesammelt habe, aber Ich finde, das war okay Okay So Wo? Na klar! Das schaffen die schon! So, wie gesagt, ich brauche Ressourcen Äh, sonst sieht's gut scheiße Er ist nicht Nicht Die Tür Das sieht komisch aus der Tür Sieht komisch aus der Tür Tausend Schuss werden wird Ich kann nicht Aber schon mal schon wieder Keine Keine Ressourcen Was ist das Schmau Alter, einmal Dieses hier! Scheiße ist aus! Oh! Und auch mal gefunden! Was, wieso Hilfe? 4 in Folge 4 in Folge 4 in Folge 4 in Folge 5 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 in Folge 6 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 in Folge 7 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 in Folge 8 in Folge 8 in Folge 9 in Folge 7 in Folge Wollen wir nochmal schnell zurück noch eilen? Noch zwei Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Macht euch bereit! Pascht auf! Jawoll! Nice! Die Zone ist frei! Du hast noch etwas Zeit übrig. Warum suchst du nicht nach Ressourcen? Was ich eigentlich machen wollte, ne? Kann ich nicht machen. So. Schick, schick, schick. So. Das war's schonmal wieder. Soßen hat es wohl nicht so sehr geklappt. Wie ist das weiter? Ja, das ist ja schlimm. Wie sind wir halt aus? Oh, oh. Oh! Oh! So, das war schon wieder. Meine eigentliche Aufgabe habe ich eigentlich, oder was ich eigentlich machen sollte, habe ich also nie geschafft. Und dafür, dass ich ziemlich spät angefangen habe mit Helden, ist eigentlich ganz gut. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ihr könnt ja was in den Kommentaren reinschreiben oder mir Tipps geben, wie ich diesen Saukäper Mission schaffen könnte. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bye, bye.